Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Minecraft Video. Heute zeige ich euch wie man einen Eisengolem macht. Also, ihr braucht einfach nur Eisenblöcke und Köbisch. Einen Köbisch. Den Köbisch, den setzt praktisch so, wie es ist, und dann setzt den Köbisch nur in den Sack und hat den Eisengolem. So, und der beschützt euch. Und, ja, zeigt euch euch. Also, wir machen hier jetzt eine Schwammelmkacke. Und hier, wir machen die Schwammelmkacke. Ich hab zugegeben. Na, warte, ich hab zugegeben. So, jetzt hab ich auch den, und jetzt hab ich auch. Ich hab zugegeben. Ich hab zugegeben. Malerweise kriegt er die noch sehr verpufft. Der hat richtig viel neben, der hält richtig viel auf. Ich krieg die anderen richtig schnell verpufft. Ich krieg die noch so schnell verpufft wie ich mit der Diamant, äh, wie ich mit dem Diamantenschwert. Ich kann auch mal zeigen, dass er irgendwie viel ausnimmt, indem ich ihm jetzt einfach mal dein Diamantenschwert benutze, als viel zu tun. Da sind so richtig viele Schläge, also ne? Das ist so ne ganze Menge. Schläge und auch, dass er stirbt. Endlich drop der denn... 4 Aisengangs. Das höchste ist eigentlich viel. Ja, das war dann auch alles. Tschüss.